So Hallöle, wir hören damit auf. Ach, wir hören damit auf. Wir fangen damit an, warum wir etwa gestern aufgehört haben. Wir haben noch eine kleine Nachtschicht erledigt, weil wir uns gedacht haben, die Mauer sollte auf jeden Fall 2 Meter werden. Ist die hier schon mal? Da noch nicht. Da hinten auch nicht. Da hinten ist nämlich eine richtige Krimskrams-Ecke. Die Chefin, die steht gerade hinter der Kamera und die hat einen Sozialauftrag. Das ist Mörtel. Wie ihr seht, sehr flüssig und zwar auch mit Absicht. Denn die Chefin muss nachher hier hingehen. Ich muss einmal hier diesen Handfeger nehmen. Die man schon mal so ein bisschen vorbeuchten. Und dann hat sie die ehrenvolle Aufgabe, was eigentlich ziemlich Spaß macht. Hätte ja selber ein bisschen Spaß draus. So eine Art Spritzbewurf zu machen. Das soll quasi so für die... Ich mach das auch da, wo es trocken ist. Für die erste Schicht ein bisschen sorgen, damit wir so kleine Unebenheiten hier rauskriegen. Das ist erst mal, das ist egal, wie das nachher aussieht. Hauptsache nicht schlimmer. Einigermaßen gerade sollte es sein. Aber es ist jetzt nicht schlimm, wenn da jetzt so ein paar Buckel drin sind. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, nur so eine erste Schicht. Ich glaub, das ist eine Aufgabe, die halt echt Bock macht eigentlich. Warum das so flüssig und warum das anfeuchten? Die Frage hätte ich jetzt von dir erwartet. Warum machen wir es nass? Und damit das haften bleibt. Genau, ja, damit der sich hier richtig schön vollsaut. Und damit dann letztendlich der Putz... Das ist ja, Putz und Mauremürde. Damit sich der hier so ein bisschen bindet. Ich mach dann in der Zwischenzeit, werd ich mich dann hier nämlich um das Mauer kümmern. Ich hab ja gestern mal vom Profi gelernt. Quasi so eine Unterrichtsstunde bekommen. Hier kommt irgendwo nachher der Sturz hin. Aber da krieg ich schon hin, oder? Gar kein Ding, das sehen wir jetzt gleich. Mal gucken. Das ist immer so cool an so Aufnahmen. Man sagt immer was und später sieht man an den Aufnahmen so, oh fuck. Kann das sein, dass ich gleich irgendwas ganz anderes mache? Weil ich merk so, das geht doch nicht. Und meine Freunde, ihr und ich seh aus wie ein Spein. Und dreckig bin ich auch noch. Aber es funktioniert ganz gut. Wie gesagt, es ist ja nur erstmal die erste Schicht so ein bisschen. Das lassen wir nachher mal ein bisschen aushärten. Und dann hauen wir die nächste Schicht da ran. Unser guter Freund, der Theo, der Maurermeister, der Uraltmaurer, der war auch hier. Das sieht so gut aus. Mir noch ein Trick gezeigt, wie man es besser mit der Kelle hinkriegt. Und ich hätte eine andere Kelle holen müssen. Die waren wir sind zu klein. Aber ob das wird einigermaßen gerade am Ende. So ist der Stand der Dinge. Ohne Käppi heute. Kurz einmal, weil ich hab hier die ganze Scheiße dagegen geschmissen. Den Mörtel. Und dann lag das überall. Und jetzt finde ich meine Käppi nicht mehr. Ganz random, eben Hauptaugenmerk hier auf die wunderbare D-Walk-Leuchte. Die rettet uns echt den Arsch. Wenn ich das mal so frei sagen kann. Machen wir mal hier zu. Das ist wie so ein richtig geiler Flugstrahler. So, jetzt drehen wir den mal um. Meine können ja auch wenn ich meine nach da hin drehen. Stell mal die wieder da hin. Du holst Steine, ich mauer. Genau, wir müssen jetzt gleich. Blöd ist, dass wir kein Mauer. Mau, Maura, Maura, Hammer, Mauer, 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 Mauer. Mauer, 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 Hammer. Genau, dass wir kein Mauerhammer haben. Mein Bruder hat das so richtig smooth gestern ausgeschlagen. Wir müssen uns hier drum kümmern. Aber erstmal setzen wir da, das hoch. Das machen wir. Ran an der Arbeit. Also ich hab nicht, das. Dieses, dieses Prachtstück. Hier man glänzt das halt nicht mehr so. Aber das ist irgendwann deins. Vom großen Bruder zum kleinen Bruder. Gucken, ob mir das gelingt. Machen wir mal Wetten. Ich wette nie. Fünfer wetten? Ich wette, dass du es nicht schaffst. Und dann ist es gleich so, tsch, tsch, tsch. Zahn drauf. Geil wäre auch, wenn er sich jetzt voll gegen die Käppi haut. Ist das kaum? Nein. Und damit willkommen zur weiteren Folge hier im Projekt Eigenheim. Das war ja mein bestes Intro überhaupt. Das war schon so. Ich kriege übrigens eine Frau noch in dir. Spaß, das brauchst du mir nicht geben, weil ich am letzten Tag, ich hab voll Glück gehabt. Hab ich Material gekauft und geparkt, das sind wir auch gefunden. Fand ich cool. Die Mauer, die steht, die haben gestern hier schon mal ein bisschen Spritzputz vorgefertigt. Heute machen wir gleich mal den Rest und ziehen da ein bisschen glatt. Ja, wir haben quasi vorgespritzt. Das hört sich komisch an, aber wir haben Spritzbewurf gemacht. So ist das ein Ding. Ja, und so sieht das hier in Hülle und Fülle aus. Ein bisschen Pech, dass wir hier so viel schneiden müssen. Und ich stehe gerade noch im engen Austausch mit meinem Bruder, wie ich das jetzt hier am besten mit dem Sturz macht. Wir müssen aber hier auch noch voll rumfrummeln. Hier hätte ich beispielsweise keinen Bock, noch einen Stein hinzumachen. Da mach ich einfach sauviel Mörtel hin. Mach hier ein Brett hin, da ein Brett hin. Mach da Brett dann mit der Mörtel hartes wieder ab. Fertig. Na gut. Ja, ich werde jetzt gleich mal hier weitermachen mit meinem Spritzdingens hier. Dafür muss ich erstmal mein Werkzeug wieder ein bisschen sauber machen. Und dann kümmere ich... Erstmal kümmere ich mich um das Wichtige. Und ich glaube, das ist hier diese verdammte Frummelserwald. Einmal damit ich das erledigt habe, weil ich habe keinen Bock, das weiter vor mir herzuschieben. Hier mit dem Holz, was du gerade gesagt hast, ne? Ja, hier mit dem Mauer hart, was ich gesagt habe, ja. Ach, jetzt weiß ich, wenn ich draußen wollte, ich wollte mit dem Sturz messen. Der ist 14. Weißt du, warum das gut ist? Nee. Weil der eigentlich ganz genau mit ein bisschen Mörtel hier runter passt. Die sieht ein bisschen höher aus als 14. Ja, ist ja auch 16. Dann passt das nicht. Erstmal wieder diese kleinen Ottos, die wieder gar keine Ahnung vom Leben haben, aber so richtig klugscheißer. Machst du zwei Zentimeter Mörtel, dann passt das. Aber, muss ja eben gucken, was mein Bruder nur geschickt hat. Mein Bruder ist ja wie gesagt Mauer. Und in der letzten Folge habt ihr es ja gesehen, wie mein Bruder und ich zusammen die Mauer mauern. Und den hole ich mir dann immer ein bisschen zu Rat. Ich habe den auch so ein richtig professionelles... Ach, guck mal, der macht hier sogar eine Sprachnehmung gemacht. Also seid ihr live dabei. So, ähm... Ich würde das jetzt erstmal an deiner Stelle stehen lassen. Du kannst ihn an einem Pfeiler schon mal auf Höhe so weit mauern. Und dann überlegst du erstmal, warte, den Fußboden aufpassen. Weil du kannst nicht den Zollstock einfach auf den Boden halten, zwei Meter hoch messen und dann den Schuss zur Arbeit zwei Meter fünf legen. Und du musst erstmal wissen, was du für einen Fußboden aufbauen hast. Fünf Zentimeter. Also, Yannick, irgendwas haben wir jetzt da nicht so ganz gestanden. Wir haben hier, hier, den Boden nehme ich an. Und hier kommt höchstens, aller, aller, allerhöchstens, zwei Zentimeter mit dabei. Ich habe hier mein Zollstock angehalten und habe dann hier hoch gemessen. Plus diese zwei, plus fünf. Dann hier ist wirklich meine Sturzhöhe. Und den Boden gleiche ich hier mit dem Boden aus. Ich stelle jetzt nachher, ganz entspannt, die Wasserwahl Laganda hier ranlegen. Flexe ich hier mit meiner Flex Laganda. Flexe den Stein Laganda ab. Machen wir da Mörtel Laganda. Nehmen wir dann den Stahlträger Laganda. Na, wenn man Laganda sagt, dann knallt's. Und knallen den Stahlträger Laganda da rein. Viel einfacher. Soll ich jetzt hier so großartig überlegen. Hä? Dann machen wir es gleich sauber. Na. So sieht aber nicht gute Arbeit aus. Das ist ja weg. Weißt du, wie spät gestern war? Nein. Gestern war komplett Zeit für ab ins Bettchen. Feierbettchen. So und darum machen wir es heute sauber. So, noch einmal. Du sagst, du gehst noch einmal? Ja. Wir filmen hier so schön mit Laune. Jetzt wird noch ein bisschen schöne Musik, ne? Sober Musik. Ja, aber geht leider nicht wegen Copyright. Aber ich kann's wirklich ein Liedchen singen, wenn du willst. Ne, das nicht. Ne, ich? Das macht dann die Stimmung wieder scheiße. Das soll ja auch hier Projekteigenheim ausmachen. Da müssen wir ja auch hier ein bisschen Mehrwert haben. Mehrwert lernen, zeigen und wichtigste falsch machen. Ne, ist so, ehrlich. Durch Fehler lernt man eigentlich am meisten, ne? Dann weißt du, wie der Realtalk geht, so. Fehler machen gehört dazu. Erstmal hat zwei gute Beigeschmecker. Erstmal lerne ich daraus. Und zweitens haben die Hater jemals zu kommentieren. Dann müssen wir das einfach so NPCs... Mauer erstmal die rechte Seite auf Höhe. Das heißt, acht Schichten. Acht Schichten? Ey, gar nicht. Ich muss noch zwei Steine. Und dann ermittel erstmal deine Fußboden. Warte, du musst fertig Fußboden gehen. Fertig Fußboden plus zwei Meter zwei. Und dann musst du auf der sicheren Seite. Okay, das klingt nach dem Plan. Mach ich. Mach ich. Ich mach das. Du wirst begeistert sein, wenn du in der nächste Mal kommst. Was ist das denn? Ich hab ja meinen Mauer... Ich hab deinen Mauerhammer ja nicht bekommen, Alter. Ich stehe hier ohne Mauerhammer. Okay, ich komm auch so wie... Hast du einen Mauerhammer? Drei Stück lang. Hol mal bitte einen. Du bist ein Schadstuch, Terry. Boah, ich könnte dich küssen gerade. Magst du das? Was? Mit dem Küssen? Von mir aus. Nee, danke. Du willst ja wegen... Aber die Bange. Nein, nein, nein. Hast du sehr gut gemacht, Moritz. Wirklich? Da bin ich stolz, dass ich mein kleiner Arztin bin. Ja, also dafür, dass du mein kleiner Bruder bist und mich gerade erlobst. Aber finde ich... Ja, danke. Finde ich sehr nett, ja. Doch ein bisschen flüssig hier, die Scheiße. Ah, da ist der Strom drauf, Digger. So. Aua. Mir wehgetan. So, in dem Raum, wo bald wahrscheinlich ein Schlafzimmer wird, haben wir den Laminat rausgenommen. Und... Was denn? Hier, Racky. Ja, krass. Haben wir rausgenommen. Jetzt können wir in den anderen Raum reingucken. Ja, da ist uns leider die Wand ein bisschen kaputt gegangen. Ja, hier haben wir schon mal ein bisschen Kabel drin. So ein bisschen. Ja. So ein bisschen in die Richtung. Da oben verlegt, an der Decke. Der Raum da hinten auch, ne? Ja, der Raum da hinten, der ist so weit fertig. Aber dann gucken wir uns mal an. Der ist so weit fertig. Noch nicht ganz fertig, aber fast fertig. Da muss ich noch gleich rein, festnageln, in die Dose rein. Ja, aber sonst ist ja nicht fertig. Okay. Ja, und nachher natürlich noch die Deckenlampen, die müssen noch hier gelegt werden, weil die kommen wahrscheinlich überall so weit hin. Und was ist mit dem... Ich hatte es vorhin noch was gesagt, mit dem Sattkabel. Achso, Satellitenkabel. Wo kommt das? Das kommt in die Mitte rein. In der mittleren Dose. Für Fernsehen. Was noch hier draußen passiert ist, hier war eine Mauer mit Steinen. Das sind jetzt noch die eckigen. Die Runden wurden heute abgeholt. Und ich hab mal kurz drüber. Hier stand ein Gartenhaus. Das wurde auch heute abgeholt. Für den Hund, damit er nicht immer abhaut, haben wir... Ich weiß gar nicht, wie man den Zaun nennt. Ich glaube, ein Schafszaun, also für Schafe ist, ja? Damit der Hund auch da rumlaufen kann und wir keine Angst haben müssen, dass er auf die Straße läuft oder abhaut. Staub ein bisschen, oder was? Äh, ein bisschen. Scheiße, voll im Kopf, komm. Du, du brichst auseinander. Oh, shit. Wofür machst du das? Damit du weißt, welches Kaffee welches ist, ne? Und jetzt ist das ein bisschen lang, ne? Ja. Egal. Ein bisschen ist das schlimm. Wie war zu viel, als zu wenig? Wofür haben wir irgendwie so ein Akku-Problem heute? Ja, heute haben wir ein kleines Akku-Problem. Lieber Herr Moritz, meint ja, alle Akkus mitzulegen. Wofür mal, wenn du bohrst und gleichzeitig sprichst. Und wir haben keinen Bohrer. Oh, der Meister, der tut das auch ganz gut. Ein bisschen zweckentfremdet, aber nicht geht. Und warum rollst du das jetzt auf? Weil ich ein bisschen, äh, abrollen will. Von der ganzen Rolle. Und ich hab dann auch die ganze Rolle abzurollen. Deswegen rolle ich lieber eine kleine Rolle ab. Und rollen wir mal hin vor. Oh, jetzt wieder zurück rein. Ja, jetzt räumen wir wieder zurück. Und dann, ja, mehr weiß ich nicht. Und schreibe jetzt erstmal was drauf. Ein Lichtsymbol. Hallo Freunde. Ja, an einem weiteren Tag im Projekt Eigenheim. Hier, das erste Mal verputzt. Was hat der Fachmann dazu? Ähm. Gibt auf jeden Fall schlechteren, ne? Was hat's hier jetzt im Sturz? Ist hier auf jeden Fall stabil. Ja, super. Ich glaub, ich fühl mich da... Draußen war ich auch fleißig. Zeig ich euch mal. Äh, ja, und ich hab hier heute den ganzen Tag eigentlich gebuddelt. Ach, war ich ganz gerne heute. Es riecht auf Brülle und Körner. Ekel erregen. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich hier wunderschön alles verputzen heute. Dann trocknen lassen und dann schön verschweißen. Aber irgendwie ist ja hier das sehr komisch eben. Verstehe ich nicht. Also wir haben hier ein bisschen Mauer. Wir haben da eine Mauer. Da könnte ich auch drangehen und abdichten. Das wäre ja echt super. Hier aber haben wir nichts. Ist hier einfach nur alles in die Erde. Und irgendwie haben sie mal geschafft, hier so ein bisschen Putz aufzutragen. Aber das ist auch einfach nur mehr Schein als sein. Okay, und wir waren jetzt eigentlich am überlegen, oder ich war mir überlegen, das hier einfach abzureißen und alles. Das sagte mit meinem Bruder aber, dass da eventuell, äh, das sagte er mir aber, kann sein, dass hier diese Klinkerschicht, die Verblenderschicht, hier drauf liegt. Ja, und zwar aus folgendem Grund, weil hier überall die Eisen drin sind und mein Bruder sagte, dass die wohl nur locker da reingeschoben sind. Und meine Vermutung aufgrund, ja, von der Bewährung ist, ich denke, dass die, die in die Bodenplatte eingebohrt haben, die also nachträglich kamen, die Wand hier, genau, dann haben die die in die Bodenplatte eingebohrt und dann das Stück hier mit dran betoniert. So, der Bauleiter muss jetzt hier ein bisschen, der Chef, heute mal ein bisschen am Bann. Denn wir haben hinten noch einen Kerle, der holt den Schrottanhänger ab. Der Chef hier, der mag den Kerl nicht. Nur Palava gemacht die ganze Zeit. Seitdem hängt er hier. Und seitdem macht die Höhle. Was wir jetzt hier so treiben, ich habe mir gedacht, wir werden die neue Fassade auf dieses Niveau hier bringen. Das heißt, das wird praktisch mit den Hölzern und mit den Schalen, also mit den alten Hölzern, wollte ich hier rangehen. Dann kommt die Schalung, dann kommt Schiefer, weil ich werde hier alles verschiefern, so richtig. Also kommen die weg. Brauchen wir ja nun mal nicht mehr. Geizer Morris hatte wieder eine richtig gute Idee. Ich habe ja noch so ein paar Sparren, die habe ich damals bei einem Bau alle rausgezogen, als ich Fenster eingebaut habe. Das sind diese Dinger hier. Und diese werden wir benutzen, um die Fassade aufzubauen. Könnte ganz spannend werden, weil einige von denen sind noch richtig rund. Das wird schon. Erstens hat es halt Gag gespart, so gar keine Frage. Und zweitens hat es so eine Art von Recycling-Nuss. Nicht mehr schnacken, Bohrer anpacken, Alter. Safe, ist jetzt locker. Ja, ist locker. Damit es nur Schiss hat mir die Fenster hier entgegenkommt. Boah, da ist ja gar nichts dran. Nee. Boah, rein in die Biotonne, Digga. Oh, yeah, yeah. So, der Hund darf jetzt auf gar keinen Fall kommen. Oh, shit. Oh, shit. Nur in der Zeit, wo du da hinten drei Steine abgekloppt hast, hast du mir gedacht, ey, ich gucke mir nicht länger an und mach hier schon mal weiter. Das heißt, du hast hier mit zwei, drei Reihen abgerissen. In der Zeit habe ich da ein Stück hier weggerissen. So ein Ding ist da, ne? Every day, 24-7, you call my name. And I will come running, yeah, every day. 24-7, yeah, every day. I will come running, babe. I will come running, babe. I will come running, babe. I will come running, babe.